Wie kann man Lager nach dem Eigentümer der Lagerräume strukturieren? Lager strukturiert oder Läger, kann man auch sagen, geht beides, nach dem Eigentümer der Lagerräume strukturiert. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Das Eigen... Hier kommt Lager dann dahinter. Das Fremd... Also das Fremdlager. Und das Kommissionslager. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Eigen, Fremd und Kommissionslager. Also jetzt habe ich es hier dazu geschrieben, schreibe ich es hier auch noch dazu. Eigenlager, Fremdlager, Kommissionslager. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.